Ich habe nicht gehört, was ich gesagt habe. Wir sprechen nicht mit Arschlöchern. Also, hau ab hier. Du warst dich ja nicht in der Schule, hm? In was für einer Schule warst du denn? In der Bullenschule. Ey, sag mal, du willst wohl hier die großen Macker spielen? Immer mit der Ruhe. Fass mich nicht an. Fass mich nicht an, ja? Sehr gut, der Typ ist von der Polizei. Er macht für seine Arbeit. Wo redest du nicht mit mir? Ich mache meine Arbeit. Weiter nichts. Wir wollen denn sonst mit dir reden, hm? Dein Job ist doch nur, uns auf die Eier zu gehen. Genau. Typen wie euch auf die Eier zu gehen. Na ja? Was sind wir denn für Typen? Erzähl mal. Was für Typen sind wir, hm? Das hier ist privat besetzt. Also, wenn Sie nicht mehr haben, verschwinden Sie. Ich kenne das Gesetz. Genau, verpiss dich. Ich mache dir eine vorwärtsschlau. Danke für Ihre Mitarbeiter. Das heißt, ich wäre super schlau, hm? Was machst du ohne deine Knarre und deine Makel, hm? Geh deine Mutter ficken. Time's up! Okay. Komm, hier, Schwachkopf. Meine Kanone. Meine Makel. So, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich bin jetzt kein Bulle mehr. Ach, verstehe. Ich bin jetzt kein Bulle. Du sollst mich nicht anpassen. Der Kaube ist abgehauen. Ja, er ist weg. Was hat dein Kumpel zu mir gesagt? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Er soll seine Mutter ficken. Die Mutter ficken. Oh, ich bin jetzt. Ich mach das aus, du schaffst dich. Scheiße, Jurek. Was ist los? Pascal Cagliar hat gewonnen. Du scheinst da ganz schön heiß zu sein. Komm her, wenn du was aufs Mord haben willst. Na los, komm, schau. Komm her. Zeig's mir. Na komm, komm her, du Bulle. Schau. Christian. Andere. Und ich muss das aus. Und ich muss das ausgeben. Und ich muss das ausgeben. Und ich muss das ausgeben. Also, das ist eine Einzelhandel. Ja, du bist ja auch bei mir. Oh. Und ich muss da sein. Ja, du bist da. Geh da! Keine Bewegung, Arschloch! Sieh jetzt auf mich! Du willst mich erschießen? Nein! Hör auf, ihr wart nicht! Ihr wart nicht! Was wart ihr nicht? Lass uns auf dem Friedhof! Hör auf! Aber wir haben einen Tipp mit einem weißen Lader gesehen! Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Du hast uns ja nicht gefragt! Das nächste Mal, wenn du eine Waffe auf jemanden richtest! Sieh vorher nach, ob sie geladen ist! Schwachkopf!